Alle fragen, wo ist der alte Slavik, wo ist der alte Slavik, bleibt hier. Verstehst du, Bratan? Man wird ruhiger. Man hat Frau, man hat Sohn, bleibt da ist nix mehr mit Dirre-Pirre im 30-Euro-Ibis-Budget-Hotel mit zwei Flaschen Vodka und ein Kilo Pilmenje. Ich sag's dir, wie es ist, Bratan. Slavik ist jetzt ein ausgemusterter A380. Nicht mehr im Einsatz, aber hat noch die Power, auf diversen Flughäfen zu landen. Boilerei am Wochenende gehört jetzt auch der Vergangenheit an. Wenn sich jemand fetzen will, dann bitte nur werktagsbleib mit vorheriger Terminvereinbarung, weil Wochenende gehört jetzt der Familie. Früher kämpfte Slavik gegen fünf Türsteher, heute bleib kämpfig gegen Schlafmangel und Windelwechsel. Nur ein Kampf hat sich nicht geändert. Gegen das Finanzamt.